Ich bin der Aron Kuster und ich bin diplomierter Pflegefachmann und arbeite in der Klinik Stephanshorn im vierten Stock der allgemeinen Chirurgie. Mein Motto wird in dem Job die Vielseitigkeit, die der Prof hat, der zwischenmenschliche Kontakt und auch Teamarbeit. Was mir sehr viel Spass macht, ist das ganze Medizinal-Technik, das ganze mit Medikamenten, Medikamentenwissen, Infusionen, auch komplexere Verbände, Wundtrainagen, das finde ich sehr spannend. Was mich mit dem Jobermeister motiviert, ist, dass ich im Alltag am Patientenbett die Bestätigung kriege, dass das, was ich mache, wichtig ist und dass das den Leuten hilft in den Situationen, in denen sie sind. Es ist immer important, wenn ich Anliegen habe, von der Vorgesetzte, die es offen ist, wie auch die obere Abteilungsleitung, dass ich meine Anliegen anbringen kann. Das Spannende, dass ich bei Stephanshorn zum Arbeiten finde, sind die unterschiedlichen Fachgebiete, die wir haben. Da hat die Ärzte in der Praxis noch Patienten schon gekannt und dort behandelt und dann operiert und postoperativ bei uns auf der Station sind. Was es für den Beruf braucht, ist ein grosses Mass an Flexibilität. Es sind immer wieder unvorhergesehene Situationen, in denen man darauf reagieren muss, wie auch im zwischenmenschlichen Kontakt, die Sozialkompetenz und auch Kommunikationsfähigkeit, was immer wieder gefordert wird. Wir suchen motivierte Leute für unser Team. Wenn du interessiert bist, dann bewirb dich jetzt. Was ist die Zeit, wo wir uns strains yesterday lại? Hier ist es Names.